Sehr gut, das hätten wir schon mal. Liebe Freunde des Handball-Sports, heute am drittletzten Tag vor Weihnachten gibt es noch eine ganz große Überraschung. Und zwar gibt es heute zwei Übernachtungen im NH-Hotel Heidelberg zu gewinnen. Ich hoffe, ihr habt eine Reise ins Süddeutsche vor und könnt diesen Preis gewinnen und gebrauchen natürlich. Ich erkläre euch wie immer einen Begriff. Dieser Begriff ist heute schwierig zu erklären. Also ich könnte euch jetzt eine ganze Geschichte erzählen, wie es zu diesem Brauch gekommen ist. Aber das würde sehr, sehr lange dauern. Deswegen erkläre ich euch lieber, wie das Ganze aussieht. Und zwar ist das ein kreisrundes Gebilde. Haben ganz viele Familien, eigentlich fast jeder, zu Hause im ganzen Dezember. Dann wird er nach und nach in Brand gesteckt an vier bestimmten Stellen. Und manche Kinder würden sagen, wenn das fünfte Lichtlein brennt, habt ihr Weihnachten verpennt. Aber ich hoffe, dass euch das nicht so geht, sondern ein schönes Weihnachtsfest habt. Und sagt uns die Lösung. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.